Ich bin der Sven. Ich mache hier eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ich bin eigentlich Realist, aber hier kann ich auch mal in andere Welten eintauchen. Ich mache mir gern die Hände schmutzig, aber hier muss ich das nicht. Die Erwartungen haben sich bei mir sehr erfüllt. Gerade in dem theoretischen Bereich wurde sehr viel vermittelt sowie auch praktisch und ich bin sehr zu viel.